Ich weiß, aber es muss dann eigentlich einfach mal ein Boot finden, ne? Ja, müssen wir schwimmen. Wir looten schnell und schwimmen dann. Ich weiß, wir müssen aber eigentlich gucken... Ich hab doch hier noch APK-Leute, oder? Da hinten ist die Insel. Ja, aber so weit fliegen, wie ihr seht, ne? Ja. Das war's bei mir. Ich bin jetzt abgemautet. Abgemautet? Mir auch. Erst mal gucken, ob wir hier ein Boot finden direkt. Nein, ich fliege schon mal in Richtung. Island. Wie ist kein Film? Born Island. Ich fliege auf jeden Fall auch keins. Ich fliege immer noch. Was das Problem ist... Fliege! Spannendes Spiel immer, Alter. Das ist doch gut. Weil die ja nonstop mit seinem Camp hier im Wasser hängen werden. Ich brauche keine Luft. Wie du schwimmst, schwimmst immer mit mir Sicht unter Wasser. Zeig dich. Ja, die haben die Technik verfeinert. Die holen nicht bei jedem dritten, äh... Bitte lass mich hier hochkommen, Alter. Locker steht da ne kleine Graspflanze und NPC Olaf W. Hm, kann echt sein. Ja. Namens Klaus. Olaf W. namens Klaus, richtig? Geil, ich bin da! Richtig! Ich bin da, ich bin da. Ich bin ungefähr auf der Hälfte. Hälfte, oder? Ich bin da nicht. Ich sehe gut, oder was? Ich sehe gut. Alter, seht ihr das da auch rechts? Ah ne. Ey, wie sieht's denn hier aus? Ich bin einfach tot, noch bevor ich auf der Insel bin. Oh, naja, was? Sonovka. Ich werbe tatsächlich, bevor ich auf der Insel bin. Du musst doch mal unbedingt schnell zu den Bänken kommen. Es war wirklich echt gut. Das hat echt Spaß gemacht. Ey, auf den Bänken liegt nichts. Ja, ist doch top. Nichts. Alle lernen. Der Max hat, Max hat noch wortwörtlich gesagt, das ist derselbe Loot wie beim Stopp. Habe ich doch. Habe ich doch. Habe ich noch genauso, wie er Max gesagt hat. Den Bänken liegt nichts. Du hast ein zweier Helm. Ey. Alter, ohne Pfanne. Alter. Ich hab ne Waffe. Jetzt ist los. Und ein Sanitätskoffer. Da kann ich noch ein bisschen länger nacken. Und ein Medikit. Ey, auf jeden Fall. Ich hätt auch gern noch ein Medikit, aber ich komm nicht an. Ohne Eis. Max, bringst du mal eine Sanitätssasche runter bitte. Mach mal bitte. Ich hab keine. Max, hier ans Ufer. Ey, guck doch mal wie ich leide. Ich, Franz, ich hab keine. Boah, Max. Bring mir wenigstens ein paar Koffer. Ey, mich hat wer angeschossen. Ey, schütze auf mich. Ey, toll. Ich wette, ich hätte jetzt hier noch eine Sanitätssasche gefunden. Scheiße, ich bin aus. Ich kann mich mal wiederbeleben. Ey! Ja, danke fürs Wiederbeleben jetzt. Mit 5% Läden die Insel weg sind. Wo ist denn Hubi eigentlich? Ah, hat's wieder voll gelebt. Ja, ich wollte auch gern wiederbelebt werden. Ey, du bist so ein Hohenson. Willi, was ist los bei dir? Ey, ich wollte dir nur die Insel angucken und du verwerfst es mir, indem du mir den Kopf schießt. Was ist so ein Fick, man? Kann mich jemand wiederbeleben? Ich brauche einfach nur einen kleinen Moment. Wo ist der, Alter? Wo ist der, Alter? Ah, fuck. Ihr seid so dumm, Alter. Ich glaub nicht. So. Das war die Rache. Oh, nee. Ja, Loote uns, Hubi. Wir schwimmen wieder zurück. Vielleicht treffe ich ja von hier einen mit dem Headshot mit der Karabiner. Ja, auf Steuern stehen immer viele. Die Wacken oder so. Auf wen? Rechts sehe ich einen. Ah, passt. Der hatte 300 pro. Ah, siehst du, so einer ist schon gerade. So hochzielt. Nein, es wäre so krass, wenn es da Kill steht. Falls ihr es nicht denken wisst. Das machen wir jetzt öfter, oder? Ja. War super Spaß gemacht. Und, tschüss. immerhin. 17, 3. Ja, und tschüss. Immerhin. Ja.